hallo herzlich willkommen zu einer siebten folge video bis ultimate und ja heute ist dabei mal der martin und der peter er sich der peter das hat am haus befindet aber naja ich will es nicht wissen so und auf jeden fall habe ich noch was besonderes und zwar ein hund ab 6 100 gebaut und das hier ist ja was ja was kommt und was ich noch dabei habe ich sie ein hühnchen und das ist jetzt eigentlich mit deinen anderen folgen sind wo wir die aufnahmen hier aufnehmen also ich weiß weil ich konnte es jetzt bei dir nicht so lesen weil du hast ein bisschen so welche wörter ist denn so ich konnte es jetzt nicht so verstehen aber an sich dass der eigentlich einer von deinen folgen müsste schon online sein weil dann sagt teller am ersten siebten und eigentlich müsste schon eine davon online sein schon seit gestern und die fehlen der zähl noch was jetzt online dass sie öffentlich auf den kanal steht sind doch öffentlich ich sehe nur eine von der woche sie eine von der woche also okay schlecht ist ja nicht meine nein das haben wir auch schon an starten bei mir kann ich sehen also ja du kannst es alles sehen weil du es an sich sie ist auch wenn du die folge privat wäre würdest du sie sehen ja ich habe doch alle doch öffentlich gestellt warum ist es immer noch privat kann man nicht sein also das ist an sich sind wir jetzt an sich sind wir ja hier nur drei aber es ist noch einer auf dem das ist schon der fläch mal zum erhören wird wird es wird wieder das muss ich doch jetzt nicht wirklich machen oder planmäßig muss ich doch jetzt nicht wirklich im video also das wenn ich das video fertig gemacht habe dann muss ich es doch nicht planmäßig machen die heutigen videos die wir aufnehmen muss ich alle muss man alle planen wie ich will einstellen weil keins davon wird sozusagen morgen erscheinen weil an sich ist es ja kein weil es wird nicht mehr so sein dass wir nur noch vier vollen takt aufnehmen es wird jetzt eher dass wir vielleicht sozusagen dass sie an sich jetzt machen wir zwei oder vier stunden mal gucken wie lange wir machen ja da kann man ja nicht alle dann wenn sie fertig sind einfach hochladen ja aber wenn ich ja plan nichts machen dann werden die aber trotzdem noch privat eingestellt wenn sie planmäßig sind dann wenn sie an den tag veröffentlicht wie sie ins eingestellt hast ja ich hab's doch eingestellt warum warum ist denn das nicht angekommen das ist das denn für ein komisches youtube wundervatz das läuft ja eigentlich so also ja das hast du gerade hier an sich läuft das ja so das kann ich aber irgendwie nicht verstehen das also okay ich wollte gerade sagen mit der glocke irgendwie das mit der glocke hat das glaube ich nichts zu tun ich meine ich bin auf den kanal an sich und so da ist nichts unter deinen videos abteil unter videos oder auch nichts von der woche macht keinen sinn und vormorat vorzei man da drauf ist nicht das hier und hier versuch gerade noch abzuschieben mit dem portal weil ich gerade mit so ruhig im portal das macht keinen sinn was konnte ich jetzt machen schluss so 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 Ah, hier sollten ja die Flätze jetzt hin, okay. Stimmt, spät du hier noch? Das ist mal zwischen hier. Guck mal, warum hab ich da? Ich brauch's doch nicht. So. Mikra? Ja? Ich krieg den großen Bäumen. Sind zwei Hunde. Zwei Hunde? Sind zwei, sind zwei Hunde. Ja. Wollte schon, äh, eigentlich wollte ich mich schon fast grad selbst fragen, äh, so Hunde. Wollte. Wollte jedenfalls Schneeporns sind ja aktiv. Das sind nicht die Phonetical. Ich hab eh nur einen Hund, aber ich brauch nicht wirklich zwei Hunde. Ja. Dann machen wir mal die auslichen Waporns wieder an. So. 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 ich mache mir immer so gedanken auf youtube warum das immer nicht öffentlich gestellt wird für meine videos aber aber eigentlich habe ich sehen dass mir immer welche likes dargelassen wurden von dem video ja ich habe angeschaut und dann habe ich gesehen es wurden mehr viele likes geben also gut ein likes und ein video hat mir zwei likes gegeben also ja und ich war öffentlich ich gucke auch mal auf mein handy dessen sieht dass die situatien einfach nur stundbild du musst das doch auch was sehen martin weil ich habe einen kanal an sich schon ein netz von der playlist die ich die lange auf 90 fort und ich verwandelt kann nachguckt habe so ein spa käme ich mit dir da ist mit dem fündchen das letzte video was sehe ist von der woche auf n handy zeigt das jetzt wieder vor eine woche ich werde angeschrieben habe ich wirklich öffentlich das meinten aber volle sechs ist vor einer woche ich würde nicht gehen das sehe ich auch aber was mit den anderen aktuellen ich würde anstehen war das doch schon ein bisschen her oder nicht unter mir an sich was ist denn jetzt gerade welche von uns hand bist du jetzt gerade also was ist da unter mir geht auch ein neuer ort genau das ist auch schon lange her michael wo ist denn eigentlich ich meine welche zahl hast du in der aktuell welche vollen nummer als die jetzt ist ja jetzt sie ist jetzt die siebte und was mit dem wir haben doch mal vier aufgenommen und das ist ja aber aber ich habe ja gut ich habe ja auch die ich habe eigentlich die vierte hochgeladen aber gut normalerweise jetzt erst gestellt dass es irgendwie gar nicht hochgeladen wurde ja da habe ich vergessen oder oder ich habe es irgendwie oder ich habe es irgendwie wenn du doch mal kurz in den ort mal rein dass da so steht da kann ich jetzt nicht in der aufnahme machen das geht das kann doch gehen dann kannst du aber kurz den spiel hier so geschmeißen da wird die öffnen und jetzt nicht abschocken kann ich dir jetzt fragen wie heißt eigentlich der song von leidon äh das ist weil ich jetzt nicht dass da habe ich jetzt nicht rein geschaut meint du das intro von ihnen ja äh das licht hört sich voll cool aus äh äh an peter mag das licht glaube ich nicht oder was solltet das so warten wir mal kurz bis die autofen ich meine das intro licht von mit das intro du merkst du ja nicht so oder peter ne genau also du magst ja alles von der mitte ich glaube so ist das auch nicht doch hola super ich hätte das doch mal selber so ich habe ja schon mal hier bis die sachen hier durch sind so ich wollte eh bis die sachen hier unterliegen ich wollte ja nicht mal kurz den traum auf leise stellen LOL, wenn eine Kuh sticht und die verlieren seine Stacheln, dann sterben sie wieder. Ach, ich muss was essen. Das war das, was eigentlich raus ist, Trum. So, dann taffeln wir gleich alle durch, Trum. Nein, nein, Ich leck ¡Naaaaaaaaaaain! Das müsste es seiner eigentlich schon, ne. Aber wie man sieht, die ist ziemlich laut. Manche Demo ich anhabe? Ach nee, Quatsch. Geo, ihr Soundtrack, die im Hintergrund läuft. Achso, und Martin? Ja. Was ist eigentlich mit deinem Musik-Bot eigentlich? Den hab ich geündigt. Hat er eh fast jeder ab schon geschaltet oder nicht? Ja. Ich benutze es ja immer fast nicht mehr, ne? Ja, du hörst ja wohl den Musik-Bot wohl auch gemütet, oder? Also, ich hab Peters Musik, hab ich. Also meine, äh Peters-Bot-Musik-Bot hab ich, ähm... Hab ich an. Ja, halt auch, oder was? Ja. Ja. Ich mach's eigentlich nur nicht anwöhnen mit ein paar Sachen, einfach. Bin ich glaube, ich hab's ja teilweise dabei. Habe ich Klaas auch noch schon wieder? Da... Ich hab's ja eigentlich für mich auch. Ich hab's halt eher ausfällig eher nur die Teilliste, ne, diese Minecraft-Positiven haben irgendwie, ja. Ja, die kann sich auch entscheiden. Laut oder leise. Die soll eigentlich leise nicht tun, aber nicht so arg leise, dass man sie kaum noch hört. So, was hängt dein Abi an die Seite. Ja, dann heißt's soz-ein, will zu dritt, okay. Peter? Ja. Dann heißt's wohl soz-ein für jeden... ...soz-ein 73. 73? Da ist auf ein Jahr hin gesehen. Peter. Warte, mit 73. Okay. Wenn das zu dritt wird, dann werden's nur 55 für jeden. Ist halt auf ein Jahr hintersehen, sozusagen, Peter. Ja, ich weiß, dass es ja für ein Jahr ist. Weil für einen Monat werden's nur 22. Ey, Fietchen, komm her. Un. Und für die monatliche Zahl und kämen wir Silber auf eine höhere Zahl für 20 Jahre. Dann wären's 264 für das ganze Jahr, wenn wir monatlich bezahlen würden. Weil es ja sozusagen minus 17% für 365 Tage gibt. Das Problem ist, würde mein ganzes Budget, was ich im Moment habe, komplett wegnehmen. Hm. Kannst du jetzt mit holen? Oh ja. Okay. Obwohl meine Schwester schuldet nachher noch was. Ich habe eher noch Schulden, sondern meine Mutter, weil ich wegen der CPU-Sache. Aber wenn ich meine Mutter sage, sie muss hier sowas hinflaschen, da... Dann trummt sie mir auch mit... Dann sagt sie mir auch sicher, hier... Was willst du von hier? So viel? Weil 220 ist es ja alle komplett. Kostet ja dann zu servieren insgesamt. Ja, aber das soll sie ja auch nicht bezahlen. Ich meine, da... Ich glaube, sie zahlten mir... Die sind eher sozusagen 74 dafür. Oder so. Weil an sich müssten wir sozusagen 1 Euro mehr. Weil die Zahl geht dann nicht glatt durch. Durch 4 würden wir glatt durchstehen. Dann wäre er ja eben 55 Euro. Oh man, das Huhn braucht wirklich so lange zum Laufen, es gibt es doch blöd. Und ich meine, wir sind die sozusagen nur... Ich meine, den Admin vom Server, der an sich da bei den mitwirken als Admin steht, den erreiche ich eher nicht. Weil er hat von jemanden von 277 die Nummer. Ich glaube nicht, oder? Nicht wirklich. Yay, ein wenig. Ja, auf einmal kennt die ihn einfach so hin, wie die zufällig... Ich meine an sie, ich weiß ja nicht, wo er aktuell lohnt. Ja, der Sache war was mit Schleswig-Holstein, aber ich weiß nicht, wie er liegt, oder wo er da war. Bei der Wohndaten. Oh, kommst du jetzt mit? Oh, scheiße. Hier ist ein Kravide im System. Verdammt. Was kommt der hier, Juna? Ich brauche hier eine Diamond Pipe. Ich brauche eine Diamond Pipe, eine Tiste. Alter! Ich habe hier wohl ein Spinnenkonzert auf meinem Dach. Ich brauche hier, ich werde mal sagen, ich entschuldige deine Augen auf. Ach, nicht. Ach, nicht. Ach, nicht. Hammer, passiert! Gut, hier ist schuldig eine Tiste. Ich bin bei Diamond Pipe. Jetzt probieren die Ah, ich mach das so wie scheiße. Ich weiß die Traveler rein. Dann bräuchte ich mal ne Eisenpipe, ich mein ne Steinpipe. Alter! Ja, das Dach. Ich muss mal ein Spitzdach raus machen, dann laufen wir nicht mehr auf dem Dach rum. Ich wollte ne Steinpipe. Ich hab ein Stein hier. Ist der nicht? Da ist noch ein Pipe. Ne, ich hab eine Diamond Pipe mitgenommen. So. Warte mal. So, jetzt haben wir die Aussortierung. Da ist vielleicht auch so zu einem Prinzip das dazu. So. Zwei ist jetzt Klasse. Geht. Ich muss jetzt ein bisschen essen... Ne, vielleicht fangen wir auch mit. Ach, jetzt reden wir das hier in Sehnerat. Ah, Mann. Falsches Lens. Ach komm. Ach, Mann. Ja, Mann. Ach, Mann. Ein Totschild ist drunter, was heißt... So. Gah, warte. Was ist hier noch? So, ist voll in den Thumbnail schon mal auf. Machen wir erstmal die Winde. Ach man, es fehlt noch Holz. Da füllen wir noch ein Armin, wie immer. So, muss hier Holz füllen, da füllen es auch wieder. Ne, F***. Da, 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 da. So, wir sind langsam in der Folge angegangen, was wir schon langsam in der Folge angegangen sind. Was? Schon gleich zu Ende? Am Ende der Folde. So. So landen wir noch in der Aufnahmesession. Die Aufnahmesession wird noch ein bisschen frei waren. An sich. Ja erstmal die Melonen. So. Ja dann müsste er noch. Wie das für die Hühnchen wird sind, glaube ich. Ja. So. Wie? Wie du? Noch ein 30 Eisen. 20. 2 Kinder und 2 Großklug. Ja aber okay. Ja aber wie es wohl weitergeht. er ist die drüben ließen vorliegen da würde ich sagen was ist es mit der siebten folge ein groß dank an hühnchen ja gut die hühnchen amnächst er muss und dann würde ich sagen dank zuschauen auf jeden fall es hat euch gefallen und wir sehen uns bei der nächsten folge was ich auch immer mache bis dahin macht's gut